Hallo! Hallo! Ja, das war's. Wie ich gerade wirklich sagen wollte, ist der Emiro hier, ne? Aber ich bin nicht Emiro und das werde ich auch nie sein. Das will ich auch gar nicht. Dann fängt schon mal gut an, direkt vorm Hausstand ein Magikite oder wie auch immer diese Dinger heißen. Willst du am links schmelzen, Nero? Ja. Ich will nichts sagen, aber wir haben seit der letzten Folge einen großen Apfelüberschuss. Ja, man hat einfach so einen... Bitte schön, jetzt raus! Rausen! So, leider. Haus ist zornadosicher. Ich habe wohl eine Fledermaus gesehen, ich brauche eine Fledermaus, ganz dringend. Nö, aber hier dürfte mittlerweile auch genug Hohlraum sein, dass hier mal eine spawnt. Also eine Sie ist, zeig's mir. Äh, Grim Reaper vor der Tür? Wo? Das bin nicht ich! Ganz übrigens nicht sagen. Ey, du machst auch nicht brrrrrrrrrrrrrrrr! Wer weiß! Wenn ich halt auch vor mir... Wait, what? Wait, what, Schuss? Ja, so Schnabel Tier... Er redet er Schnabeltier oder was? Ja. Ich bin hier, du bist hier Schnabeltier. Alles gut bei dir? Also hier sieht man schon, wir haben ein paar normalen Goldäpfel, ein paar Notchäppel. Wo? Wo sieht man das? Wo? Bei mir hier unten in der Tor. Was ist das? Oh mein Gott, ein Not-to-do-it-Apfel? Den kann man nicht essen, keine Ahnung wie. Da, 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 wo, 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 wo? In der Kiste. Auch Kohle? Gibt's hier in dieser Mine keine Kohle? Ja gut. Kohle, Kohle, Kohle. Was ist? Kohle, Kohle, lalala. Hat jemand Bock, irgendwie Holz hier runter zu bringen? Kann ich gleich machen. Wie wär's, wenn wir folgendes machen. Es gibt eine... Ja? Da, da, da. Wo ist es? Wo ist es? so ne komische, so ne komische Art Ender-Chest gibt. Nur wesentlich, wesentlich besser, weil man die auch wieder abbauen kann. Genau. Aus Ender-Storage. Die wird mit einer Ender-Perle, einer Chest, Wolle, vier Blaze-Routes und zwei Obsidianen gebaut. Ja. Die ist sehr, 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 sehr nützlich. Kann ich machen. Die wär's, wenn wir uns davon welche holen, indem wir einfach mal ein Nether-Portal bauen. Ja, ich bin auch dafür, ins Nether zu gehen. Hast du Obsidian? Ja. Ich hab 16 Obsidian. Wann war? Ja. Kommst du deinen Grat? Kommst du deinen Grat? Kommst du deinen Grat? Wo muss ich nochmal runtergehen? Jetzt einfach zu bauen. Dankeschön. 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 Du betreibst. Was? Das ist voll viel. Danke. Ich bin blind, ich bin blind. Okay. Danke. So blind bist du anscheinend nicht. Das hast du noch nicht gesehen. Da muss ich runter. Da muss ich runter. Ist was von Jurassicraft. Oh, du willst. Aus irgendeinem Grund hab ich Weakness. Ich guck mal gerade, was man damit anfangen kann. Ja, hab ich auch. Weil du würdest sagen, dass deine Schwäche ist. Ah, das ist unwichtig. Kann man Asche mitmachen, aber. So. Ähm. Ich buddel. Lass mal hier ein Loch buddeln. Nein. Wie wert ist das? Eins. Ich dachte, du wolltest ein Netherportal bauen. Eins. Drei. Ja, aber wir müssen auch irgendwie dann wieder in die Mitte. Bin ich gleich unten? Ach. Ich bin unten. Aber. Wär's nicht sinnvoller. Pack hier in die Kiste einfach. Der hat auch schon ein bisschen was gebracht. Ich sammle mal gerade kurz, während du das machst, hier normale Äpfel ein. So. Dankeschön. Und wenn der hier das Dings baut, genau, in der Größe. Gut, dann machen wir hier das Netherportal. Waaat. Alter. 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 Alter die Weife. Alter die Weife. Alter die Weife. Alter die Weife. Alter das nicht. Alter die Weife. Alter das nicht. Alter die Weife. Ah. Genau. Wer denn sonst? Ich muss mal gerade kurz was nachgucken, wie man was baut. Ich will nämlich unbedingt eigentlich. Ja. Ich rede gerade mit mir selbst. So. Ähm. Ein Opfer. Für alle zur Info, diese Mining Turtle hier, die MCG01, die baut uns hier einen Tunnel, äh ein Loch nach unten, dass wir einen besseren Minenzugang haben. Boah, ich muss gestell das doch in Englisch. Da können wir dann irgendwie so einen Teleport oder sowas machen. Ja. Das war gut. Das war die falsche Taste. Mhm. Hahaha. Superwander, super, superwander, super. Superwander, ja. Da kann man schon mal klatschen. Was bist du? Achso. Ich wollte auch sagen, was bist du denn? Aber du bist ja nur ein Golbi. Was bist du denn? Ach verdammt. Du denn? Ah. Ein Voidcharger. Was ist das denn? Die Zeitüberschreitung. Ja. Es gibt Wale. Und Nessie. Pass auf Nessie auf. Nessie ist superböse. Nessie wollte dich gerade vorhin töten. Sie wollte mich töten, aber warum muss ich es töten? Das war ein bisschen ein Problem. Ich bin wieder auf den Baum. Ich bin wieder auf den Baum. Ich bin wieder auf den Baum. Ja, kommt doch vorhin, wenn du nicht ins Bett gehst. Ja, wir haben doch gar kein Bett. Doch. Wo ist das Bett? Achso, das Bett ist immer noch im Norden der Stadt. Das habe ich nicht umgezogen. Ich hole das mal kurz. Während. Ja gut. Wenn du es holst, dann müssen wir alle noch mal drin liegen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Auf der Seite vom Baum, da ist oben jetzt Wasser platziert worden, damit man da nicht dauernd, also damit man da halt ordentlich runterkommt. Oh, ist das Netaportal schon so weit durch? Ja. Es muss nur aktiviert werden, wenn einer die Güte hätte. Äh, ich habe keinen Flint im Stil, also kein Feuerzeug. Ich habe Flint müsste in einer der Kisten liegen im Haupthaus. Und Eisen? Äh, ja. Ja, du, das ist nicht das große Problem, glaube ich. Eisen haben wir hier im Ofen mehr als genug. Wo ist denn das hier, äh, äh, hä? Wo ist das Dingensinn? Was suchst du? Ach, da, das ist Lemonade. Das ist zu wenig, meh. Coke. Du weißt nicht, was das, äh, mittlerweile, was das für ein Problem ist mit der Nacht, ne? Dass es nicht hell wird. Also, das ist, äh. Also, da geht die Sonne auf, wenn du das meinst. Ja, die Sonne geht auf seit, ähm, Folge 1. So, ich pack, ich pack das Bett übrigens mal, das ist Echtzeit wahrscheinlich, ne? Äh, das Bett ist jetzt in dem Haupthaus. Wo ist eigentlich, äh, der... Ich muss kurz, das dauert, bis man wieder raus kann. Äh, okay. Äh, hat jemand zwischen mal einen Eimer Wasser? Nope. Coke, hast du zu welchen Eimer? Ähm, warum... ja, okay. Coke? Ne? Coke? Ob du, äh, nen Eimer hast? Ne, aber wir können einen machen. Okay. Und wer hat die Decke nur zwei hochgemacht? Oh, schlappenliegen. Coke. Komm nicht aus dem Bett raus. Ich hab die Decke einfach nur hässlich gemacht, weil das muss der Tornado sicher sein. Nein. Okay. Was ist denn jetzt im Bett? Mach mal nen Guck, ich stehe hier schon an. Weißt du, die dringend noch nen Eisfall? Boah! So, jetzt wollte ich nochmal nachgucken, wie baut man die Icy Slippers? Was? Oh Gott, das... Weil die Dinger sind richtig gut eigentlich, wenn man in den Nefa geht. In den Nefa? In den Nefa. In den Nefa. In den Nefa. Also wir brauchen imprägniertes Leder. Das ist alles Witchery. Ja. Ich komm nicht raus aus dem Bett, danke jetzt mal. Woven Sapling, wo kriegen wir denn Woven Saplings her? Äh, dafür müssen wir erstmal... Erstmal brauche ich jetzt Clay, damit wir was machen können, damit wir das machen können. Gut, meine Turtles sind einfach gleich hier im Aussehen. Wo ist der Wasser? Dann, äh, mache ich erstmal meine Pläne für... Ich hab kein Wasser gesehen. Für die Icy Slippers auch ein bisschen später. Ja, das dauert. Ich denke, dass eine Rüstung, die ich mit Feuerfestigkeit verzaubere, dann erstmal effektiver ist. Mhm. Aber dafür bräuchte ich Eisen. Dürfte noch im Ofen schmerzen. Eisen ist noch im Ofen. Wir brauchen effektivere Öfen. Mögen Sie mal bitte einmal kurz runter zum Wasser kommen? Ich bin beim Wasser. Denn ich habe einen neuen Bewohner für uns. Was? Dass der hier mit Nessie aufkannst oder so, dann schlapp ich dir wirklich, wenn die weich. Zu welchem Wasser wo? Äh, nach, äh, Westen. Ich bin schon so nicht in der Stadt, also mir egal, wie du es machst, sonst kann man Nessies. Na wo? Ja, ich bin bei Clay, deswegen kann ich das nicht. Okay. Wieso haben wir schon Whales von Whalecraft? Aus dem einen Haus. Aus dem einen Haus. Ja, was ist? Ertränke ich, ertränke ich ertränke. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nur ein Schaden bekommen. Ich bin gerade von einem Yeti angegriffen oder sowas. Und mit Richtung. Ja, ein Sasquatch. Wir werden gerade von, äh, von einem Allosaurus. Oh, Mann. Wann war, nein, wir hatten, äh, Sasquatch und Allosaurus. So, äh, wie gesagt, ich kenn mich mit Jurassicraft nicht aus, ist das Problem. Ja, der kommt hier jetzt Richtung Dorf, marschiert von uns. Au. Und, nein, nein, der hat ein Skelett zerstört. Ja, ich bin in einem sicheren Haus hier, also, hier ist ja nichts. Äh, ist das Haus an die Mine angeschlossen? Nein. Oh, Mann. Äh, ne, aber nebendran vom Haus wird, äh, eine Mine ausgehoben gerade. Ah. Ah, gut. Da wird so, da wird so ein Loch gebaut. Yeah. Meine Turtle, die baut da hier so ein, so ein riesen, so ein riesen Loch, die soll halt excavaten. Ja, hab ich mir auch gedacht, mit den Minen, äh, mit den Turtles können wir später auch riesen Löcher bauen, um Spieler reinzuschubsen und so. Eben, so. Äh. Ich sag, dieser Krieg, das wird, die Hölle. Die Karte wird dann nach Pottenhäs nicht aussehen. Vor allem alle anderen kommen auch auf solche Themen. Ähm. Ja, ich hab schon gehört, ähm, Team Rot wollte, glaub ich, auch Nuklearwaffen machen. Das ist wie im Kalten Krieg hier. Ja. Wer hat dein Meisten Waffen? Äh, soll ich, soll ich, soll ich von der Weathermode her auf, äh, Winter setzen? Nein. Oh, Winter is coming. Meine Güte, ich will alleine hier sein. Warum kommen die Krebse hinterher? Warum kommen die Viecher hinterher? Und warum ist ein Allosaurus denn nicht? Geil, der Allosaurus wird gerade von dem, äh, Dingels, von dem Goblin umgelegt. Ähm. Scheiße, das hat nicht genug Dings. Wo ist er denn? Hoffentlich reicht das an Klee. Ey! Was soll das? Nein, ich wollte kurz was bauen. Nein. Ich auch. Wir brauchen ein zweites, ich baue das mal gerade. Ja, hab ich, hab ich gerade gesehen. Naja, ich, ich kenn das Rezept. Das Rezept kenn ich. Oh Gott, was passiert hier? Ah, ihr scheiß Viecher, das wird doch in Ruhe. Mann, ich hab hier jetzt grad irgendwas geöffnet. Ich hab irgend so ne Karte vor mir. Wie kann ich die wieder schließen? Weiß das jemand? Äh, das ist M wahrscheinlich. Escape einfach, oder? Äh, wie war das denn nochmal? E, F, T, verdammt. Aha. So, äh, die Kiste, die hier... G, A, seitlich gehen. Bravo, Wamba, die Kiste, die hier drauf steht. Oh Mann. Da ist ein Schild drüber, das ist meine Kiste. Da pack ich immer mein Stuff. Okay. Ja, ich, ich hab eigentlich auch hier, äh, diese, die hier steht. Ich hab nur kein Schild. Hübscher ist raus. Oh, diese blöde Minimap, wie geht das weg? Ja, da. Wamba, hinter dir. Ah, ah, die Ah, vielen Dank. Oh. Ja, toll, jetzt kann ich... Oh Mann, ich seh nix. Ah, lass mich doch in Ruhe hier bis Viecher. Ciao. Lass mich doch... Wo seid ihr denn? Lass mich in Ruhe hier für verdammten... Oh Mann, warte. Ah, kann mal kurz jemand in der Option gucken, wie ich diese verdammte Karte wieder wegkriege, während ich mich hier vor Ameisen verteidige, während ich nichts sehe? Ähm, muss hier irgendwo... Irgendwo ein Button sein. Wie sieht die... Karte aus? Es ist die Minimap in groß. Leute. Ja. Da müsste... Warte. Ähm... We need to go deeper. Steht ganz unten, rechts irgendwo da. Was? Ich krieg den irgendwo ganz rechts unten dann? Nö. Das ist nicht gut. Vielleicht einfach ausloggen, einloggen wieder? Oh Gott, das wird ewig dauern. Ist der Ofen effizient? Ein Iron... Äh, müsste mit Strom angeschlossen werden, dann... Bei Iron Furnace nicht. Oh nein, die Karte ist immer noch... Wer hat ein Schild vor unserer Haus mit dem Text Tomatensack? Ich... Weiß nicht. Ich hab keine Ahnung, wer das gemacht hat. Hab ich noch nie gehört, dass das jemand... Cyber... Cyberbottle in P.Brown. Ja, weißt du, das ist geil, weil ich hatte noch vier Blasen, wo sie so geschissen und Sauerstoff. Auf einem Blick trotzdem tot. Äh... Ich bin im Neta und... Na wo? Ich wurde noch irgendwas geportet. Die... Der Iron Furnace, ich hab kacke geredet, da brauchst du... Kannst du mit einem Kohle 10 machen, wenn ich mich nicht täusche, oder? Okay. Ich habe jemanden... Ich habe irgendein Vieh angeguckt und das hab ich geportet. Zu sich. Äh... Und wir bleiben... Du scheiß Backeifer! Piss dich! Ja, deswegen wollte ich mir erst feuerfeste Rüstung machen. Ähm... Warte mal, wie ging das denn nochmal? Ich brauch jetzt erstmal einen Verzauberungstisch. Wo sind unsere Diamanten? Wo darf ich meine Hexenküche hin machen? Äh... Am besten baut ihr euch da ein Haus für. Absilion, zwei Diamanten und ein Buch. Oh, Buch geht nicht. Ich hab kein Leder. Oder nimmt halt... Die... Andere... Äh... Warte mal. Äh... Hm... Oh, da ist jemand. Hä? Haben wir keine Diamanten? Kann ja nicht sein. Doch, haben wir. Oh, mass eigentlich. Aber ich sehe keine Kiste dafür. Ha! X! Oder muss ich dafür einmal in die Mine gehen vielleicht? Was brauchst du? Diamanten. Diamanten und Obsidian. Äh... Ich hab die Manten. Wo bist du? Äh... Er hat von irgendwas mit Feuerfallen beschossen. Wir haben ja, äh... Blood Magic, ne? Leute, ich brauch Hilfe! Äh... 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 Warte, ich komm gleich zu dir. Bleib einfach an der Treppe stehen. From Gods, I feel... Feeling betrayed. Äh... By your decision. Feels bad, man. Ach, Nana. Nana, du siehst mich auch damit. Ja, ich bin grad auf dem Weg zu dir. Ah, ah... Hier ist irgendwie... Was mit Feuerfallen schießen. Nein, 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 nein! Verpiss dich! Über... Ja, ich seh's. Übrigens, der Server verbraucht gerade 39% RAM. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Ah! So, das liegt wahrscheinlich jetzt daran, dass nämlich zwei Dimensionen aktivistiv... Cut. Tada! Aktiv sind. Da haben eigentlich zwei Türen, die vom Nichts stehen. Äh... Die musste ich im Kampf platzieren. Also... Ich bin nochmal kurz wieder weg. Aus Gründen. Ähm... Du Mauxen? Ja. Weißt du, ob hier in der Nähe zufällig ein... Lavasee mit Obsidian ist? Nein, hier ist noch ein Lavasee. Nein, hier ist noch ein Lavasee. Gott! Warum ist dieses Kackfee schon wieder hier drin? Ihr müsst doch irgendwo Obsidian sehen! Ich raste aus! Aber ich bringe auch mal den ganzen Stuff hier hoch. Dann können wir auch... Kann ja nicht so schwer sein, Obsidian zu finden. Krieg ich meine Leiche wieder, wenn ich sie tot hau? Nach rechts klick auf die Leiche. Achso. Ich bringe mal Glowstone mit, ne? Mhm. Ja, ich, ich, ich geh zurück. Ich hab zwar einen Halbherzen. Ohohoho. Alter! Alter! Ach, was bringt mir das, wenn ich abholte? Das bringt mir eigentlich schon was. Okay, meine Mining-Turtle, die ist ja groß, ähm... Aber ich glaube, weil Mining-Turtles bauen instant ab, ist es besser, wenn wir irgendwo einen Lavasee einfach überkippen und ne Turtle setzen, dass die uns das Zeug abbaut. Geht schneller. Ich brauch ja nur 4 Obsidian, das ist ja nicht weiter schlimm. Wenn das ein bisschen dauert. Äh, du brauchst 4 Obsidian? Ja. Genügend für nen Enchantment-Table halt. Panda, wo bist du? Ich bin gerade in der Mine, ich geh gerade hoch. Äh, ich hab nämlich noch 6, 6 im Inventar. Ja, das ist gut. So, ich denk mal so, äh, fast 2 Stacks sollten reichen, oder? Ich hab hier nochmal 7 Diamanten, wenn du brauchst. Hm? Hallo. Cyber-Bot-LP. Achso, du siehst so anders aus. Ich weiß nicht, was du meinst, ich habe eine Friseur. Es ist doch mal ein, äh, experimentelles Haus. Wunderschön. Wir haben ja gestern Elf über den Nachfragen gesprochen, in welcher Kiste sind die? Hallo? Hallo? Hanna! 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 Danke. Ignoriert. Danke. Hanna! Was? Ich hab mir die ganzen Äpfel versteckt. Die ganzen Äpfel sind draußen in der Kiste. Zeig dir's. Ja geil, wir zwei Goblins, wow. Hat jemand ein Buch? Äh... Boah! Aber wir haben doch ganz viele Bücher nebenan. Verpisst euch, ihr kleinen Arschgeigen! Da, sind genug Äpfel drinne. Gott, was wollte ich hier, als ich bin verwirrt. Keine Ahnung, was du wolltest. Aber wir sind schon bei 18 Minuten. Ja, das stimmt. Nein, ich muss es noch fertig machen. Muss noch beendet werden am Werk. Äh, hi, Apnotic, äh, das ist... Das ist ja noch mal alt... Das ist alter... Alter, alter Survival heißt das, ne? Ja. Ich auch? Ja, 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 ja. Äh, Papierleder. Also... Alter, alter Survival. Hat nothing. Boah, ey! Ne, war also Arschlochviecher, die mir nerven! Puh! Es geht auch, wenn ich Leder kriege. Naja, Papier müsste ich auch machen. Was mir gerade einfällt, äh, haben wir zufällig irgendwie, äh... Cotton Seeds. Irgendwann in die Gießkanne. Äh, Cotton Seeds haben wir ja in der Kiste ganz hinten in der Ecke. Gut, dann brauchen wir nur noch eine, ähm, Dengenz hier, Gießkanne. Was denn? Ähm... Nochmal die Frage... Ach, das ist Magic! Magic Mike! Magic Mike ist tot. Wack, wack, wack. Nein, hört Leute, ihr süßes Projekt, der wird sie nicht mehr spielen, hört Leute. Äh, Bone Meal, Iron Ingots und ne Bowl brauche ich. Okay, mein Werk ist vollendet. Fangen wir? Ja. Hast du noch zwei Obsidianen übrig? Nochmal was bitte? Hast du noch zwei Obsidianen übrig? Ähm, zwei exakt, ja. Kann ich diese Smaltery Blöcke abbauen? Eigentlich schon. Mit einer guten Spitzacke, ja. Ja, ich hab eine aus, aus schwarzem Stahl irgendwie. Ich glaub das wird schon laufen. Alles klar, wie viel... Äh, Zettel Quarz haben wir? Nur reines Zettel Quarz. Wieso? Äh, nichts. Alles klar. Äh... Wartens Quarz, warte, 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 warte. Warte ich abbauen. Einmal kurz, muss ich jetzt was gucken. Ja, da brauch ich, äh... Warte ich schon nochmal kurz nach. Leute! Der Anfang... ...ist... ...gemacht! Drei. Okay. Ich muss sich jetzt Angst haben. Alles klar. Äh... Coke, wofür? Für die Armee. I don't hate you. Alles klar. Es geht los. Ich würd sagen, wir haben den Krieg gewonnen. Es sieht so pervers aus, wenn der Turret langläuft. Oh ne, oh ne, oh ne, nicht. Nein, 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 keine Turret. Na, na, na. Geh mal weg, machen wir. Ah! Äh, ich würd sagen, wir machen nen Cut, oder? Na, na. Ja, schön, dass ich da was schreiben wollte. I don't hate you. Bis zur nächsten Folge, ne? Äh, ja, bis zur nächsten Folge, ne? Tschüss!